Hallo und herzlich willkommen an einem Squirrel. Wir kommen jetzt zurück zu My Friendly Neighborhood. Im letzten Part haben wir hier das Rätsel hier gelöst. Keine Ahnung, wie lange die Demo noch funktioniert oder läuft, geht. Kein Plan. Ich bin trotzdem gespannt. Erstmal Kaffee. Okay, sieht aus wie so eine Fabrik. Ich weiß nicht, wie tief das geht. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. What the fuck? Das erinnert mich sehr an Puppysplaytime, muss ich sagen. So, da Richtung Ende, wo wir auch in diesem maschinellen Raum sind. Ja, das würde ich mal behaupten. Ich habe leider keine Munition mehr. Das ist ein bisschen kacke. Geht es hier weiter? Das war absolut unnötig, der Weg. Okay. Ja, hier geht es weiter. Okay, interessant. Da ist ein Boot. Oh, oh. Deep and stinky water. Okay. Drive. Kann ich selber fahren? Nee. Okay, wo geht es denn? Ich bin sehr gespannt. Oh, hier. Hi. Was ist das denn hier? Hier. Ich bin doch schon voll, oder? Ich habe es unlocked. Okay, mit was? Keine Ahnung. Let's go. Ich habe keine Ahnung, wo wir es... Ach, Schnauze. Das ist ein Shortcut. Das ist ein Shortcut. Verstehe. Habe ich da... Oh, da habe ich Munition drin. Na gut. Wenigstens habe ich so mal nachgeladen. Okay. Das ist ein Shortcut. Das ist schon mal gut zu wissen. Heißt, ich kann eigentlich wieder zurück, oder? Ich muss ja dann hier nicht weiter, weil... Brauche ich ja nicht. Waren wir ja schon. Eigentlich. Okay, wir fahren mal wieder zurück. Ähm, mit dem Boot. Und... Gehen mal da durch. Durch... Den Weg, was da noch war. Ich mag den Grafixel extrem. Da gefällt mir richtig. Also, hier. Lang. Kann ich rennen? Ne, ne? Scheiße. Oh, hoch. Halt ja knapp. Okay. Gehen wir mal hier durch. Mal gucken, was hier so ist. Holy. Das gibt jetzt ein kleines Problem so an der Stelle. Okay. Scheiße. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Kann ich da... Das ist eine Maus. Ich würde ganz... Gerne... Ist das ein Scheiß? Okay. Ich gehe mal hier durch. Keine Ahnung. Äh... Ein Dreieck. Ist das automatisiert? Ja. Ich glaube, das wird nicht so cool. Okay, aber hier haben wir wenigstens ein Magazin, Magazin. Wenigstens etwas. Okay. Das ist schon mal wichtig zum Nachladen. Ich kann hier... Ich habe nichts dafür, leider. Scheiße. Okay, egal. Gehen wir wieder zurück? Hm. Der ist weg? Nice. Okay, die kommt jetzt. Wenn ich die so einzeln ausschalten kann. Ja, das ist ganz cool. Komm her, ich knall dich weg, ey. Ich habe eine Shotgun. Oh, fuck. 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 Ich habe eine Waffe, ey. Ich habe keine Waffe, ey. Holy fuck. Okay, ich tape die mal. Das ist... Ich habe keine Tapes mehr. Fuck. Die ist doch voll behindert. Halt die Fresse, ey. Ganz ehrlich, ich schnauze jetzt hier. Dem gar nichts zu sagen, ja. Gibt es hier irgendwas, was ich nehme kann? Tapes habe ich halt keine mehr. Kacke. Egal, wir gehen mal hier hoch. Ich habe keine... Ich nehme mal wieder die Waffe. Schade. Die andere war gut. Die hätte ich gerne weitergenommen. Da konnte ich mich halt ganz schnell mal wegknetzeln. Okay, was ist hier? Tools. Und... Safe Station. Heal Station, Safe Station. Habe ich hier denn noch irgendwas, was ich nehmen kann? Was ist das denn? Equip? Fuck, habe ich das jetzt discarded? Really? Wow. Ich habe keine Ahnung, ne? Wirklich. Kein Plan. Safen würde ich ganz gerne gleich. Ich will aber erst mal ganz kurz schauen, ob hier noch irgendwas ist, was ich machen kann. Na, hier ist gelockt. Munition und das zum Speichern. Ich wette an jeder Safe Station ist mit Sicherheit irgendwas, das ich direkt saven kann. Machen wir ganz kurz. Ich save mal. Erinnert, dass ich das mal hab. Danke. Ja. Ja. Okay. Gesaved. Ist hier noch irgendwas? Du stehst mit Sicherheit noch auf. Wow. Wow, was? Okay, Breaker Box. Okay, Breaker Box. Ist wahrscheinlich, äh. Da ist ein Schlüssel. Breaker Note von Frank. Okay, die Dorfusers wurden, ähm, in den Lockboxes, around the Basement versteckt. Okay, ich, ich, der Schlüssel ist wahrscheinlich dafür da, äh. Warte, pack. Okay. Ich hab keine Taschenlampe, leider. Was ist das? Ach, das sind die ganzen Notizen, ne? Oh, okay. Ähm, there is one in dieser Halle, im Puppet Storage, in der Locker Room and Locker Room. Und das war da, wo wir vorhin waren. Okay, okay. Dann müssten wir die wahrscheinlich aktivieren und dann, äh. Du stehst doch mit Sicherheit noch auf. Kannst du mir nicht erzählen, dass du da einfach liegen bleibst. So ganz freundlich. Hier unten, ja, das war mir klar. Hier hab ich einen schon mal. Eins. Das sind diese, äh, ja. Das sind ja keine Fuseboxen, das sind diese, diese Lockerboxen halt. Wo das drin ist, um die, äh, Fusedding zu aktivieren. Die Elektrizität. Okay, ich hab einen in dieser Halle. Ähm, wie kann ich nochmal das öffnen? Nein. Ach so, ich kann, ah, das ist, ah, ihr habt's gerafft, Alter. Verstanden, ja. Verstanden. Okay. Äh. Was ist denn hier? Ist hier noch irgendwas? Nein. Wie konnte ich denn das jetzt nochmal aktivieren? Blöd gefragt. Ich weiß es nicht mehr. Aber ich kann mich so ganz schnell rumdrehen. Cool. Nee, auch nicht. Wie ging das denn nochmal? Kacke, ich hab's vergessen. Ah, hier. Ähm, okay. Auf jeden Fall, äh, In dieser Halle hab ich Puppet Storage. Wo war ein Puppet Storage? Nochmal. Der Lockerroom und der Hangout. Bei der Punch-Hotten-Machines. Okay. Dann gehen wir doch mal zurück. Definitiv. Wir gehen mal zum Lockerroom und wissen wir, woher. Fuck, ich bin ja wieder, ich bin ja wieder, ach Mann. Der ist so, so komplett geistig abwesend. Okay. Brauch halt ein paar Schüsse für die, das ist das Problem. Geben. Okay, weg. What? Oh, fuck. Weg. Kannst du mich mal, ja. Dann haben wir ihre Gesichter gestoppt. Dann haben wir uns alle lachen. Ja. Lava war... Ja, komm, red. Komm. Quatsch weiter. Quatsch mir nicht voll. Ich geh da lang. Dann gehen wir mal zum, äh, Lockerroom. Oh, fuck. Da ging sie weiter, ne? Oh, da ist er. Oh. Ah, das Puppet Storage. Ha. Puppet Storage. Cool. Das ist das damit alles. Wie schnell wir kampfen die denn? Oh, fuck. Da kann ich gar nichts machen, ne? Nee. Komm, geh mal weg hier, Mann. Mein Gott, Danger. Ja, wow. Ich weiß halt nicht, wie viel Leben ich hab. Geh mal da durch. Ich hab halt keine... Was macht der denn jetzt da? Das ist doch was zum Healen, oder? Use. Caution. Healthy, okay. Ich geh hier lang. Ich will nicht, dass der mir... Das sind ein paar... Warum sind denn jetzt plötzlich so viel von denen da? Scheiße. Das ist jetzt ein Problem. Das ist jetzt ein ganz großes Problem. Tschüss. Ich hau da mal ab. Ich hab keine Munition mehr. Ja. Ne? Mach's gut. Ich hätt ganz gerne ne Munitionsstation. Hier. Es ist ja... Ich hab halt keine... Ich hab keine Ammo mehr, ne? Das ist jetzt halt echt kacke. Was ist das? Healstation. Brauch ich grad nicht, oder? Ich hoff's nicht. Nix drin. Oh, Tape. Äh, ja, was auch immer. Ja, ne? Äh, da war der Raum, wo ich jetzt erstmal nicht hin muss, weil mir das eh nichts bringt. Oh, ne? Lebt der noch? Oder ist der getapet? Hatte ich euch nicht getapet? Ach, komm mal. Hey, hey, hey! Ich kann dir all sorts of Dinge spüren. Ja, komm mal. Wenigstens bist du nicht so schnell, dass ich wenigstens ein bisschen abhauen kann. Okay, hier ist ja auch was. Irgendwo. Ich will mal gucken, hab ich hier vielleicht noch irgendwas? Oder dass hier was spawnt? Ich brauche halt ein bisschen Munition. Ich hab halt nix mehr, ne? Ist halt... Doof jetzt. Na. Ne. Ne. Aber das hab ich. Fuse. Da ist die Poppe eingequetscht. Ach, scheiße. Hier ist auch nichts. Das ist kacke. Ich brauch's doch irgendwie... Echt? Echt jetzt? Ähm... Wie viel hab ich denn jetzt von denen? Hallo? Ich war jetzt im... Äh... Die Halle haben ich Poppets Ranch, Locker Room und... Punch Cut Maschinen. Da muss ich nochmal ganz zurück gehen. Das ist auch... Ja, vielleicht find ich da auch noch... Ganz miese Sache. Genau deswegen. Da ist Emo! Da war Emo. Krieg ich die? Ich, äh... Kann ich nicht weiter, dann geh ich hier lang. Ich muss da jetzt erstmal nicht hin. Ich hab jetzt wenigstens wieder 10 Schuss. Ist schon mal ganz gut. Könnte ich jetzt auch gebrauchen. Ach ja, komm, heul nicht rum, Alter. Real Talk, ey. Okay, die müssten ja eigentlich, ähm, gefesselt sein da noch. Nö, sind sie nicht. Das ist doch doof. Ich hab ne Idee. Hallo? Oh, da bin ich so ausgeschalten. Okay. Au! Ich hab... Wenn's so leicht geht. Okay, irgendwie... Weiß nicht, was bei dem los ist. Ob's dem gut geht. Vielleicht ist er jetzt auch sauer, dass ich seine Candy genommen hab. Hier ist ja auch noch irgendwo so eine Scheißbox. Den Zettel hab ich ja mitgenommen. Wahrscheinlich hier oben. Wo auch die Safe Station ist. Ne, hier. Okay, jetzt hab ich alle. Ich würde mal, ähm... Erstmal gucken, ob ich noch... Okay, hier hab ich ein paar Sachen definitiv. Ich benutze das mal. Ich... Eins, zwei... Aber... Ich hab doch nur vier Fuse-Dinger jetzt. Na? Oder? Wo? Alter, was ist denn jetzt los? Ich bin... Oh, ich hab einen Zuckerschock. Ich hab einen absoluten Zuckerschock. Nice. Oh, yeah. Mega cool. Ich will jetzt... Bede Gonzales. Ähm... Okay, ich geh hier lang. Muss ich ja lang eigentlich. Oh, fuck. Okay, komm. Ich kann abhauen. Ich hab auch da ab... Yeah. Yeah. Ich bin absolut schnell. Ich hab keine Chance gegen mich. Ich bin einfach so krass unterwegs. Danke. Wo muss ich denn nochmal hin? Da nicht. Hier wahrscheinlich, ne? Yeah. Hab jetzt so... Da hatte ich ja auch die Fuse-Box, ne? Richtig. Die werden doch noch auferstehen, ey. Ohne Spaß. Da nicht. Da lang. Daher kam ich. Ich weiß nicht, ob das schlau ist. Okay. Äh, fragt mich nicht. Ich hab keinen Plan, ob das eine gute Idee ist. Das ist, dass ich die jetzt einfach mal weggeknallt hab. No, aber ich möchte halt einfach mal ganz entspannt... Hab ich hier auch die Fuse-Thinge noch? Nein, hab ich nicht. Deswegen. Jetzt hab ich alle vier. Zum Glück hab ich die vergessen. Ja, halleluja. Soll ich kurz speichern? Nee, ne? Oder? Wie viel hab ich denn noch von diesen Speichertokens? Ein. Ein nur noch. Ich warte damit mal. Ich werd schon nicht sterben. Ich sag dazu mal nichts. Okay, ist gesperrt. Der wird 100 pro aufstehen. Nach Land kann ich ja noch nicht. Zack, 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 zack. Ach, fuck. Richtige Reihenfolge. Scheiß die Wand an. Ja, fuck. Äh. Ich würde mal sagen. Okay. Ich probier's. Ich, ich. Nein. Ich mach hier mal das. 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 Scheiße. Das ist jetzt ein bisschen blöd, ne? Hier ist ein... Okay, wie krieg ich das jetzt am besten raus? Wie krieg ich... Warte mal, das ist ne Raute. Die gesperrt ist. Das ist ein Dreieck. Hab ich hier aber nicht dabei, ne? Dreieck gibt's nicht. Nee. Äh. Boah, shit. Ich weiß ja nicht mal, was das ist. Ich hab... Irgendwie... Ich hab keine Ahnung. Boah, shit, ey. Was mach ich denn da jetzt? Was ist denn das für... Für ne Challenge, was ich jetzt hier hab? Ähm. Was mach ich da jetzt am besten? Oder... Vielleicht ist da ja was. Ah. Ha. Ha. Ha ha. Ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha. Okay. Let's go. Einmal mal die Notiz anschauen, die man hat, ne? Die man besitzt. Dann läuft der Hase schon. Hallo. Danke. Moin, Maus. Moin. Du wirst eh aufstehen. 100 Euro. Ich glaub doch. Da ist ein Tape, ey. Extra für... Ich kann ihn nicht tapen, war ja klar, ne? Da ist zu, ja. Da ist auch zu, ja. Okay, ähm, was sagen denn meine Dinger? Oh, das ist ja relativ easy, ne? Äh, Raute als zweites. Was ist das? Glücksblatt, Herz und Ding. Also Glücksblatt, Raute, Herz und das andere. Ja. Das ist jetzt relativ easy. Glücksblatt, Raute, Herz und... Okay, weiter geht's. Nice. Nice. Ja, sicher ist, äh, quiet around here in this place. Die geht's guuut. Alles safe. Mach dir keine Gedanken. Guck'n. Ah ja. Ja, hattig. Oh. Ja, war nicht die beste Idee. Ich mach dich mal hier. Hier ist doch safe irgendwas, was ich brauch, ne? War healthy, Dings, wenigstens. Cool. Also, kann ich mich gleich wieder healen, ne? Bin ich wieder, bin ich wieder absolut safe unterwegs. Haben wir hier noch irgendwas wichtiges? Dickers? Nein. Nein. Nee, da kann ich auch nichts mehr mitmachen. Dann will ich mich mal ganz kurz einmal voll healen, dass ich da voll bin. Da hab ich einen, äh, Bolt Cutter. Nehme ich auch mit, ja? Hm. Einen weiteren Shortcut. Hier ist doch mit Sicherheit auch irgendwas, was ich nehmen kann, oder? Oder inspizieren kann. Ist ja safe. Irgendwas muss hier sein. Heu leise, heu leise, hab ich gesagt. Ist ja nichts. Echt nicht? Unglaublich. Ja, dann, äh, drive'n wir mal, ne? Ich weiß nicht, wohin, aber ans Ende der Demo vielleicht. ABC 123. Ist hier aber dann vielleicht irgendwas, wo ich nehmen kann? Kaputt. Unlocked. Huh? Hm. Hm, hm, hm. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Hm, hm, hm. Unlocked. Ich glaube Ich würde jetzt mal behaupten Ich habe die Demo damit gerade fertig gespielt Bin mir nicht sicher Aber ich könnte es mir vorstellen Der ist ja eh abwesend Geht mir nicht auf die Nerven War da noch irgendwas Ne ne eigentlich nicht mehr in die Richtung Dem geht es gut Denke ich Was ist bei dir los Bist du der Messias Es ist einfach der Messias Okay Da ist jetzt dieser Store Oh hier ist sogar ein Magazin noch So Ich muss Hier ist ja noch Soweit ich weiß Eine Tür mit Wo ich die vielleicht jetzt aufschneiden kann Da ist ja mit Schluss Ich würde am liebsten wegknallen Der geht mir voll auf die Nerven Aber ich weiß nicht ob ich die Demo gebrauchen könnte Ja Nice Okay Und was ist hier Ein Tape Secret A cheat Unlocked Ein cheat Wir haben Wir haben irgendeinen Cheat Freigeschalten Ich finde nicht so lustig Diese Typen Elevator runs Ah Das ist der Aufzug Wo wir hin müssen Wir wollen ja hier weg Vom Keller Ja dann gehen wir jetzt mal Ne Dann gehen wir jetzt mal Nach oben Oh Alter Sonnenbrille Hey there John hier Hi John Thanks very much for playing this demo Hope that you enjoyed yourself Ja ich fand's mega lustig Ey danke für diese Demo Und ich hoffe dass das Spiel wirklich rauskommt Ja Ich glaube da hat wirklich das erste Kapitel da reingemacht Was ich mega nice finde So als Demo Einfach ein komplettes Kapitel Wo um die 40 Minuten geht Nice Ähm Oh jetzt hoffe ich doch Dass da mehr kommt MFN Weißen die MFN Ja okay Äh Also wenn euch das ganze gewandert Könnt ihr gerne In dieses Spiel In die Mischliste Von Steam packen Natürlich Ähm Ich glaube auch wirklich Dieses Spiel wird richtig nice Und da kommt noch ein weiteres Projekt von ihm Boah da freue ich mich drauf Da freue ich mich drauf Da freue ich mich drauf Es ist ganz anders wie dieses hier Aber Aber Es wird uns auch Hitten Hoffe ich auch Oder fesseln Mega nice Wir haben ein paar Sachen freigeschalten Lange Arme Willkommen in der Nähe Ach so, ich kann die von hier tapen. Ne, heft. Hey, und was ist da jetzt Horror? Okay. Ich warte nicht so ganz raus, was hier jetzt der Horrorfaktor ist. Have a smile, dang. Smiling day. Naja, okay. Egal. Das war auf jeden Fall, ähm, a friendly neighborhood. Ich hoffe, natürlich, euch hat das Ganze gefallen. Ich finde es mega cool, dieses Spiel. Und ich freue mich, wenn die Vollversion rauskommt, weil die Demo war jetzt schon echt lustig, fand ich. Ähm, mir nimmst gerne einen Daumen nach oben da. Ein Like. Ein Abo. Ein Like. Und Kommentar. Wir sehen uns heute zum nächsten Video. Bis dann, macht's gut. Tschüss.